Einen Toast. Ja, ein Toast. Babe, ich bin sehr dankbar, deinen Geburtstag mit dir zu feiern und ich freue mich noch auf viele, viele mehr. Was hast du besorgt? Wirst schon sehen. Escape Room? Ja. Was ist das? Ihr seid in einem Raum eingesperrt und müsst Rätsel lösen, um rauszukommen. Und ihr habt nur eine Stunde Zeit. Was, wenn wir nicht rechtzeitig auf die Lösung kommen? Sind wir gefangen. Für immer. Wie lange sind wir schon unterwegs? Fragen wir doch den Fahrer. Vielleicht soll sich die Scheibe nicht öffnen. Wir sind da. Kristen? Sexy. Okay, das ist komisch. Das ist krank. Anderson! Tyler? Ist Kristen auch da? Nein, ich bin allein. Hey, hier ist eine Karte. Sucht eine Uhr, die nur einen Minutenzeiger hat. Wo ist der Schlüssel? Wir hatten die Lösung. Wieso sollte sich die Tür wieder schließen? Wir finden mit Sicherheit, was das uns weiterhilft. Es ist wie die Lösung bei einem Kreuzworträtsel. Was? Da stimmt das nicht. Ist das Kristen? Oh mein Gott. Nein! Das ist echt. Wieso hat Kristen uns hierhergebracht? Kristen steckt auch in Schwierigkeiten. Was wenn nicht? Was wenn sie dahinter steckt? Ich glaube, ich spüre da was. Das ist kein Spiel. Verdammt nochmal! Wir müssen sofort hier raus. Also sitzen wir in der Falle? Es gibt kein Rätsel, das uns hier raushilft. Was, wenn wir die Tür nicht aufbringen? Jetzt hat man schnell eine Drehung durch! Lasst uns umdrehen! Nein, es gibt ein Rätsel. Wir werden es lösen. Wir kommen hier raus. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wieso hast du uns hergebracht? Mein Bein schlägt fest! Hälft mir! Hälft mir! Ich werde mir drinnen drauf gehen. Sag es! Ich beobachte dich. Gehört alles zum Spiel. Gehört alles zum Spiel.